Am 11. Februar 2016 haben die Verteidigungsminister der 28 NATO-Mitglieder eine Simulation für den Ernstfall durchgeführt. Ihr Trainingsszenario ein Angriff auf das NATO-Militärbündnis durch Russland. Ziel sei es, das Bewusstsein für potenzielle Gefahren zu wecken. Zudem sollen die Minister bei diesem Kriegsmanagement ihre Entscheidungsprozesse bei einer ernsthaften Bedrohung simulieren und optimieren. Ein NATO-Diplomat dazu, die Minister müssen bei dieser Simulation unter Zeitdruck entscheiden, was die NATO tut, inklusive der Verlegung von Truppen. Bereits im vergangenen Jahr hatten zwei dieser Simulationen stattgefunden, jeweils unbemerkt von der Öffentlichkeit. Anstatt alle Energie in die Vermeidung eines Krieges zu stecken, zum Beispiel durch sofortiges Beenden jeglicher medialer Hetze gegen Russland, laufen die Vorbereitungen für einen Krieg offensichtlich auf Hochtouren.